Herzlich willkommen auf Revitec. Wundervolle Einfachheit. Der GW2780 überzeugt mit seinem schlanken Rahmendesign und dem unsichtbaren Kabelmanagement-System. Die Augensicherungstechnologie von BenQ bietet in Verbindung mit den geringen Blaulicht- und Flackerfreitechnologien einen hohen Sehkomfort. Authentische Farben, tiefes Schwarz, hohr Kontrast und scharfe Details der GW2780 bietet ein visuelles Erlebnis. Das unsichtbare Kabelsystem verbirgt geschickt alle Kabel im Fuß des Monitors und sorgt so für Ordnung und Übersichtlichkeit. Die hochwertige Texturetzung widersteht feinen Kratzern und verleiht dem GW2780 einen eleganten Look. Das formschöne Grundprofil macht Schluss mit unnötigen Kanten und bietet eine saubere und funktionale Optik. Der GW2780 bietet ein optisch ansprechendes Sichtfeld mit schlankem Rahmen und elegantem Profil. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.